Herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit im Arbeitsbuch Makroökonomik. In dieser Einheit geht es um die AD-Kurve, die Aggregated Demand, also gesamtwirtschaftliche Angebotskurve. Wenn wir uns die AD-Kurve genauer angucken, dann entsteht diese aus dem ESLM-Modell bzw. aus dem Mandel-Flemming-Modell. Und zwar insoweit, dass wir eigentlich zunächst die IS-Kurve und die LM-Kurve berechnen. Wenn wir es jetzt über das Mandel-Flemming-Modell machen, zusätzlich noch die ZZ-Kurve aufstellen. Unser gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht bestimmen. Und uns dann anschauen, wie hängt dieses gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, also insbesondere das BIP in dem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht, ab von dem Preisniveau. Das heißt, wir lösen das Ganze nach dem Preisniveau auf und dann bekommen wir unsere AD-Kurve. Jetzt ist das ein Ansatz. Jetzt kann man sich auch darunter vorstellen, dass es hier halt um die Mandel geht, weil wir haben ja schon über die IS-Kurve sehr stark die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen drinnen steckt. Das heißt, selbst wenn wir nur das einfachste Modell nur mit der IS-Kurve nehmen, also nur das, was wir ausführlich im Kontext des Keynesianischen Kreuzes diskutiert haben, wird deutlich, dass das, was wir hier haben, mit Nachfrage zusammenhängt. Das heißt, wir können uns grafisch die AD-Kurve so vorstellen, dass sie alle gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichte oder das BIP in allen gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichten in Abhängigkeit vom Preisniveau P darstellt. Wie das Ganze grafisch aussieht, lässt sich am besten dadurch motivieren, dass wir uns mal so ein paar einzelne Effekte angucken. Das wäre einmal der Vermögenseffekt, der Zinseffekt oder der Wechselkurseffekt. Am einfachsten ist jetzt hier der Vermögenseffekt. Wenn wir davon ausgehen, dass das Preisniveau fällt, dann wird ja das, was wir als Vermögen haben, mehr wert. Das heißt, wir können uns mehr für unser Geld leisten. Wir werden also mehr auch konsumieren. Oder wenn wir nicht konsumieren, werden wir sparen. Das Geld fließt dann an die Unternehmen, die dann mehr investieren. Das heißt, letzten Endes, es kommt zu mehr Nachfrage. Ob seitens der Unternehmen oder seitens der Haushalt ist dahingestellt, ein sinkendes Preisniveau an der Stelle würde jetzt dazu führen, wenn das mehr konsumiert wird. Wenn wir uns das jetzt überlegen, bedeutet das, wenn die eine Variable sinkt, steigt die andere Variable. Das heißt, wir haben hier einen negativen Zusammenhang. Jetzt können wir den gleichen Effekt auch darüber motivieren, wie viele Transaktionen durchgeführt werden, wie viel gespart wird, wie sich dementsprechend der Zins ändert und durch die Zinsänderung dann die Investitionen. Das wäre der Zinssatz-Effekt. Oder wie durch die Zinsänderung sich die außenwirtschaftliche Position, der Wert unserer Währung ändert und damit letzten Endes unsere Netto-Exporte. Das ist das, was wir als Wechselkurs-Effekt beschreiben. Egal, was wir hiervon nutzen, in beiden oder in allen drei Darstellungen läuft es darauf hinaus, wenn das Preisniveau sinkt, steigt das BIP. Entweder beim Vermögenseffekt über zusätzlichen Konsum der Haushalte oder Unternehmen, beim Zinseffekt über eine Zinssenkung und damit einhergehend eine Erhöhung der Investitionen oder beim Wechselkurs-Effekt motiviert durch die Zinssenkung eine Änderung des Wechselkurses und dadurch motiviert eine Erhöhung der Netto-Exporte. Das heißt, in allen Situationen bekommen wir eine AD-Kurve, die in etwa dieser Form hier folgt, sprich ein höheres Preisniveau geht mit einem niedrigeren BIP einher, ein niedrigeres Preisniveau mit einem höheren BIP. Wir haben also auch gesamtwirtschaftlich den Zusammenhang, den wir aus der Mikro für Nachfragekurven kennen, nämlich einen negativen Zusammenhang zwischen Preis und Menge. Ja, und das wäre es auch schon hier zu der Motivation der AD-Kurve. Wo kommt sie her? Wie lässt sich ihre Form sinnvoll motivieren? Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.